Hallo, mein Name ist Sven Hansen. Ich bin Bankangestellter auf Sylt. Das ist meine Mama, das ist mein Chef. Keine Bestechung, Hansen, ja? Und hier die Schweizer Berghütte, da mache ich gerade eine Woche Urlaub. Hier habe ich auch die beiden kennengelernt. Scheiße, was passiert? Den Willi und den Achim. Willi ist Hartz-IV-Empfänger. Mir ist warm. Und Achim sagt, er wäre eine ziemlich große Nummer in der Reederei seines Schwiegervaters. Von mir kriegen Sie jeden Ball direkt zurück. Bam, bam. Und jetzt, wo ganz Deutschland im WM-Fieber steckt, fahren wir nach Sylt, um das Schwarzgeld aus meiner Bank zu klauen. Es gibt nur ein Problem. Ich bin tot. Was war die absurdeste Nummer, die mir je untergekommen ist? Mir fällt doch nicht mal ein Gegenstand ein, der so dämlich ist wie du! Wenn man den nicht mehr verwenden kann, dann gnade dir Gott! Es ist nichts passiert! Er ist wie neu! Bis zum Ellenbogen! Schon mal was von Ebbe und Flut gehört, zur Knalltüte? Mit Jan-Josef Liefers, Stefan Kurt und Justus von Donami. Zu meinem Freund bitte ein Bier. 03 oder 04? 05. Demnächst im Kino. 05. 05. 05. 05. 05. 05.